Hey Freunde, ich war letztens auf YouTube unterwegs und was ich so auf YouTube gesehen habe, das zeige ich euch mal. Yeah, es ist schon wieder Montag hier. Nee, nee, warte, Dienstag ist heute. Oder doch, Donnerstag? Yo, welches Jahr haben wir heute? Ich habe sehr große Angst vor Kameras. Hey, Julienko hier. Der eine von Dagi. Nee, nee, warte, Bibi war es. Fuck, mit wem bin ich nochmal zusammen? Hallöchen, liebe Freunde. Na, ich bin's, euer Sarasa. Na, kennt mich noch einer? Ich bin verdammt laut. Ich bin auch verdammt laut. Hallo, mein Name ist Lu... Luca und ich präsentiere euch... Ihr seid alle voll gemein. Hallo, meine Lieben, ich bringe demnächst eine kleine Klamottenkollektion raus und... Und wollt ihr schon mal sehen, wie die aussehen? Hm, w-wä? Das habe ich selbst designt. Lü, 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 lü. Wenn ich mal groß bin, dann will ich Rapper werden. Hey, ich bin... Ich bin Nebelnick. Äh, Hilfe! Yo, ihr alle geht mir einfach an meinem Dödel vorbei mit eurer Meinung. Ich habe Dödel gesagt. Ich hasse alles. Bonjour, my friend. I have no in English channel and I make vlogs in English. If you don't, ähm... If you don't gefällt, dann... Dann f*** you. Hey, huhuhu, Freunde. Willkommen zu Folge 3778 von... Der Binding of Isaac. Huhuhu, nehme ich auf. Haha, ist das witzig. Oh Gott, ich hasse mein Leben.